Die Firma Binder GmbH in Bernbach ist ein führender Hersteller von Biomasse-Feuerungsanlagen. Über 3000 Anlagen wurden bereits weltweit installiert. Ein überaus erfolgreiches Unternehmen, in dem die Ausbildung von Lehrlingen einen sehr hohen Stellenwert hat. Unter dem Motto Leben, Lernen und Arbeiten in der Region für die Region werden am Firmenstandort in Bernbach sechs Berufssparten als Lehrberufe angeboten. Darunter findet man Metallverarbeitungstechniker, Mechatroniker, Elektroanlagetechniker, IT-Techniker, technische Zeichner sowie die Ausbildung als Bürokaufmann oder Bürokauffrau. Es werden sowohl männliche als auch weibliche Lehrlinge bei der Firma Binder ausgebildet. Dadurch entstehen eigene qualifizierte Facharbeiter, gleichzeitig werden über verschiedenste Ausbildungsprogramme, aber auch Arbeitsplätze in der Region gesichert. Die Firma Binder GmbH, ein Lehrbetrieb, der auch bereits einige Male ausgezeichnet wurde. Zum Beispiel als lehrlingsfreundlichster Betrieb, aber auch mit dem Job-Oscar für Engagement bei beruflicher Integration von Menschen mit Behinderung oder mit dem Sonderpreis für herausragende Ausbildungsaktivitäten im Rahmen des Fit4Fun-Programms. ... ... ...